Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen YouTube-Video auf unserem Kanal. Wir haben jetzt eine neue Route noch entdeckt, die wollen wir heute noch erkunden. Kilian ist auch wieder da. Oder immer noch da. Wir haben uns gerade von den anderen verabschiedet. Wir waren mit Freunden unterwegs. Die sehen wir übermorgen wieder. Und wir starten jetzt mal hier hinten in einen neuen Track. Und da wünschen wir euch ganz viel Spaß. Wir wissen noch nicht, was auf uns zukommt. Aber wie immer, es wird spannend. Der neue Track beginnt. Ihr seht schon, es ist ein bisschen ein anderer Untergrund hier schon wieder. Schauen wir mal, ob der Track so ist. Der geht hier hoch, so ein paar schöne Serpentinen. Sieht ziemlich geil aus. Ich bin schon gespannt. Und dann wollen wir endlich mal zu diesem See, zu dem ich schon immer will. Da kommen wir hoffentlich morgen hin. Und wir werden uns dann diesen See auch mal anschauen. Aber erstmal müssen wir gucken, ob wir hier an das Ziel kommen. Hier sieht es auf jeden Fall aus, als ob kürzlich erst einer lang gefahren wäre. Von daher müsste der Track funktionieren. Das sieht schon wieder total cool aus. Hier ist es so sandig oder so kieselig steinig. Kieselig steinig. Oder ist es anders steinig? Wie würdest du sagen steinig? Fein steinig. Fein steinig. Nehmen wir fein steinig. Fein steinig. See da war. See da war. Ja, das ist nur das Stückchen. Da ist auf jeden Fall einer gefahren, da ist ein Stuhl. Ganz links, hier rauf und dann zu. Okay, war easy eigentlich. Das ist nur das Stückchen. Ja, das ist schon mit der Sand hier. Ach so. Ich hab grad schon so gedacht, es hat schon ein bisschen aus. Ja, es hat schon ein bisschen aus irgendwie. Ja, das ist auch ein bisschen aus. Untertitelung. BR 2018 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 So, kommt unser kleiner Kilian. Wir sind schon hier oben. Vier spannende Serpentinen oder fünf. Also hier ist auf jeden Fall eine schwierige Strecke. Bodenfreiheit, Verschränkungen, Reifen in der Luft. Also hier geht es komplett rund. So sieht es hier aus. Kommt da. Okay, Pop. Weiter geht der Spaß. Yippie. Und das ist hier. Und das ist jetzt hier oben. Das war's für heute. Wieder schräg mit dem Frieden. Leute, da hinten, da geht es nicht weiter. Hier ist überall so ein loser Schotter. Und der ist da hinten auch in der Schräglage, da ist nur ein Stein, der eventuell ein bisschen hält. Hier ist es zu riskant. Und wir machen einen Abbruch und werden umdrehen. Und fahren wahrscheinlich zu den anderen. Also, das war ein kurzes Video. Aber vielleicht hat es euch trotzdem gefallen. So kann es auch manchmal gehen. Shit happens. Also, liken, abonnieren. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.